Dieses Video gibt dir alle wichtigen Informationen über den ViewSonic PX748 4K Beamer. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Der ViewSonic PX748 4K Beamer bietet ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis mit gestochen scharfen 4K-Bildern und einer Helligkeit von 4000 Anzilumen. Mit seiner Supercolor-Technologie liefert er eine realistische Farbwiedergabe und sorgt für kinoreife Farben. Die Bildqualität wird durch die Unterstützung von HDR und HLG noch weiter verbessert, was zu einer detaillierten und kontrastreichen Darstellung führt. Der Beamer verfügt außerdem über einen eingebauten 10-Watt-Lautsprecher, der einen satten Sound liefert. Ein herausragendes Merkmal des PX748 ist seine Vielseitigkeit bei der Aufstellung. Dank HLenshift und Viereckenkorrektur kann der Beamer an verschiedenen Orten aufgestellt werden, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Du kannst den Beamer also flexibel an deine individuellen Bedürfnisse anpassen. Für GEMA bietet der PX748 ein ultimatives Spielerlebnis. Mit einem Input-Leg von nur 5 Millisekunden und einer Bildwiederholrate von 240 Hz gehörst du zu den ersten, die auf jede Aktion reagieren können. Bewegungsunschärfe und verpasste Angriffe gehören somit der Vergangenheit an. Ein weiterer Vorteil des PX748 ist seine Langlebigkeit und Wartungsarmut. Dank der SuperEcoPlus-Technologie kann die Lampenlebensdauer auf bis zu 20.000 Stunden verlängert werden. Das bedeutet über 13 Jahre wartungsfreie Unterhaltung bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzungsdauer von 4 Stunden. Kundenbewertungen bestätigen die Qualität des ViewSonic PX748 Beamers. Ein Kunde lobt die klare und lebendige Bildqualität sowie die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten. Der integrierte Lautsprecher liefert solide Klangqualität und das elegante Design rundet das Gesamtpaket ab. Ein anderer Kunde, der zuvor einen preisgünstigeren Beamer ausprobiert hatte, war von der Bildqualität und Helligkeit des PX748 beeindruckt. Er betont auch die intuitive Bedienung und die flexible Platzierungsmöglichkeit des Beamers. Einige Kunden äußerten jedoch auch Kritikpunkte. Ein Kunde bemängelte, dass der Beamer ohne Staubschutz für die Linse geliefert wurde und es keine Schutzabdeckung gab. Ein anderer Kunde fand den Zoom-Bereich des Beamers zu klein, was die Platzierungsmöglichkeiten einschränkte. Ein weiterer Kunde erwähnte, dass das Schärfespiel am Linsenrad sehr kurz geraten und schwergängig war. Trotz dieser kleinen Kritikpunkte wird der ViewSonic PX748 Beamer von den Kunden als eine gute Wahl für Sparfüchse bezeichnet, die ein ordentliches Bild und ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis zu einem erschwinglichen Preis suchen. Insgesamt lässt sich sagen, dass der ViewSonic PX748 4K Beamer eine gute Wahl für Personen ist, die ein hochwertiges Heimkinoerlebnis zu einem erschwinglichen Preis suchen. Mit seiner 4K-Auflösung, einer Helligkeit von 4000 Anti-Lumen und den beeindruckenden Gaming-Funktionen erfüllt der Beamer die Erwartungen vieler Kunden. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Wir hoffen, dass dir das Video bei der Kaufentscheidung geholfen hat. Bitte klicke auf Daumen hoch und abonnieren, um unseren Kanal zu unterstützen. Und vielleicht interessieren dich auch unsere anderen Videos, die hier eingeblendet werden. Bis zum nächsten Video.